Ich seh von hier unten nichts. Schlimmer. Wo haben wir auf dem Becher landet, keine Sau. Und jetzt der Rest von ihnen. Ne, ne, ne. Ne, so richtig noch nicht, ne. Doch jetzt mal 1, 2. Kann sich eine verbesserte Drohne über uns, aufpassen! Ja, irgendwo da. Die werden beschossen. Nein, ey. Mach doch den Zeitschirm einfach auf, Mann. Die nehmen mich ins Visier. Jo. Ohhhh. Ja, ich hab ja beigeflogen. Ich schlöte ja. Wohne! Wohne, Junge! Wohne, Junge! Wohne, Junge! Wohne, Junge! Wohne, Junge! Wohne, Junge! Feindliche verbesserte Drohne über uns, aufpassen! Das jetzt gleich sehen. Wenn ich das vorher nicht gesehen werde, ist er weg. Bam! Oah! Gibt sogar. Ja, klar! Stöbern wir sie auf! 0, Upschus, das Ding von der 0! Ja, klar! Aus 100 Metern mit einem Sturmgewehr. Ne? Boah, jetzt wird... War genau hinter! Ja, hab den schon, Handi! Handi! Hast du? Ja, ja! Den hast du mir geklaut! Ach, hab ich den geklaut! Hab ich den geklaut? Ne, wir haben uns nur ausgeliehen, den kriegst gleich wieder! Woher kam der denn hier rein? Ach, Mann! Guckst du einmal da raus! 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 Ja, aber an Ali Grande! Oh, ich bin zum Ende! Oh! Oh! Ge-puh! Feindlicher Soldat in der Nähe! Ach, ne! Oh! Es ist so behindert! Wir gehen auf den Berg hier! Hey! Da hin! Ach, ich bin gerade genau auf der anderen Seite gelandet! kommt bestimmt wieder 463 meter abschluss die kugel schon runtergefallen dann musst du übung sache bleibt doch mal stehen so wirst du noch 435 meter an die das macht bock das stimmt ein anderes visier drauf machen muss doch mal bearbeiten welches hast du denn wirst du musst im februar musst du märz nehmen ist besser junge junge natürlich genau wenn ich da weg geht von dem fenster steckt und kopf auspast da ich guck die ganze zeit auf dieses scheiß drücken kürfenster Dich da. Wett, komm her. Arusiert sich voll darüber, ey. Was schluckst du, ey? Ja, weißt du, der kommt davon. Pass auf, Christian, hinter dir, Timo. Hinter dir. Und unter dir. Wie unter mir? Unter all von dir. Rüstung ist weg. Aber das Ziel im Visier. Steht keiner mehr. Ich glaub, es bleibt nur so. Ich mach nicht mehr so von mir aus. Oh, ich lass mich mal ein bisschen stehen ein, oder? Mann, das hab ich so blöd gemacht, ey. Bitte dann. Davon lass ich mich nicht aufhalten. Warte. Ich setz mich als Steuer. Ja. Mach nur, ich bin Leifahrer. Da, links. Hinter der Mauer hier. Da, links. Hinter der Mauer hier. Gut. Und jetzt der Rest von ihm. Zwei Mann sind die in diesem Gebäude drin, Timo. Egal, ich bin da weggefahren. Da hab ich keine Chance. Hab keine Chance. Hab keine Chance. Hab keine Chance. Ich geh gerade hier die Sniperrouten lang. Boah, Junge. Nee, mit so einem Schall. Ausgeschaltet von Christina, ey. Ja, wunderbar. Ja. Christina Settler, oder was? Wiesst du dich, Sabrina? Ach so. Na, das ist doch dasselbe, oder? Carina Settler. Carina Settler. Carina Settler. Carina Settler. Du bist ein Feindesland, oder? Wo bist du? Ja, ja, hier so in der Nähe. Ja, warte, ich komm mit. Da hab ich noch ein Wacke hier. Oha. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Klar, ich fahre. Ach, Mann, ey. Ach. Ach. Ach, Mann, ey. Ach, ja, klar, Alter. Da sind fünf Mann und wer nimmt der mich immer? Man. Ach. Wo ist er? Ah. Wer rostet denn da so? Der rostet gerade. Oh, man.